Sie hören Katharina Peters, Bornheimer Finale, gelesen von Elke Appelt. Erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbau Verlage. Prolog Krölle setzte sich mit dem Laptop und der ersten Tasse Kaffee auf die Terrasse. Eigentlich hieß er Erik Torber, aber auch das war nur ein Name von vielen. Ein dänischer Journalist, mit dem ihn einiges verbannt, hatte ihn so genannt, nachdem Erik sich für ihre erste Begegnung mit einer lockigen Perücke ausstaffiert hatte. Krölle, das dänische Wort für Locke, gefiel ihm mit Abstand am besten. Ein Moment lauschte er dem Flüstern des frühen Morgens, dann trank er einen Schluck und öffnete die Mail. Sie klang für Außenstehende nichtssagend und langweilig. Ein Rosenzüchterverein lud zur Jahreshauptversammlung ein. Im Text versteckt war der Hinweis auf eine Adresse und die Vorgehensweise für ein Treffen. Dass Krölle tatsächlich Mitglied in dem Verein war und sich inzwischen als überaus begabter Rosengärtner bezeichnen durfte, war ein Detail, das ihn immer wieder amüsierte. Krölle überprüfte die Daten zweimal und runzelte die Stirn. Er war sicher, dass die Informationen von Lennart Paulsen stammten. Einem verdeckt agierenden Ermittler, der in einem ausgewählten Zirkel im Umfeld von BKA, BND und MAD in der Regel die Drecksarbeit erledigte, von der Außenstehende kaum etwas ahnden. Sie hatten sich vor ein paar Jahren kennengelernt, nachdem Krölle dem BKA nach all den Jahren seines erfolgreichen Schattendaseins dann doch ins Netz gegangen war und die Wahl gehabt hatte. Entweder als Beschatter und Schnüffler und manchmal als Killer auch für diesen schillernden Auftraggeber tätig zu werden oder aber ins Gefängnis zu gehen und dort nicht lange zu überleben. Die Entscheidung war in denkbar kurzer Zeit gefallen. Besonders sympathisch waren sie einander nicht gewesen, zumindest anfänglich nicht. Krölle hatte Paulsen misstraut, weil er zu den wenigen Menschen gehörte, die er nicht mit seinem inneren Sensor erfassen und lesen konnte. Und Paulsen hatte ihn für einen ebenso begabten wie gewissenlosen Killer gehalten, der für jeden tätig wurde, der ihn bezahlen konnte. Was übrigens schlicht falsch war. Doch zu diesem Zeitpunkt war keiner von beiden zu einer Diskussion bereit gewesen. Sie hatten ihren Kontakt auf das Nötigste beschränkt und sich darüber hinaus misstrauisch beäugt. Ihr Verhältnis änderte sich schlagartig, als Krölle den MAD-Mann aus einer brenzligen Lage befreit und dabei nicht gezögert hatte, fünf Typen einer rechtsradikalen Gruppe auszuschalten. Eine waghalsige Aktion, die ihn im Rückblick immer noch mit diebischem Vergnügen erfüllte. Fünf Nazis, die es bei Kriegsspielen hinterrücks erwischt hatte. Was wollte man mehr? Hinzu kam der erfreuliche Umstand, dass Paulsen seitdem nicht müde wurde, zu betonen, dass er nun ewig in Krölle schuld stehen würde. Und das Bemerkenswerte war, genauso meinte er es auch. Das klang zwar ebenso offen und direkt wie verdammt melodramatisch, und Krölle hatte wenig übrig für überschwängliche Beteuerung und Melodramatik, doch er ließ es dann doch so stehen. In der Folge arbeiteten sie immer mal wieder zusammen oder unterstützten sich gegenseitig. Wer wüsste nicht besser als er, wie sich schicksalhafte Begegnungen anfühlten und was sie bewirken konnten. Hanna Jakob und ihr Hund Kotti hatten sein Leben verändert. Schlagartig. Zwanzig Jahre hatte er für den rumänischen Geheimdienst gearbeitet und sich stets eins gefühlt mit seinem Tun. Doch den Auftrag, den Hund der Kommissarin zu entführen und zu töten, um sie von weiteren Ermittlungen im Umfeld der organisierten Kriminalität abzuhalten, hatte er seinerzeit nicht befolgen können. Das klang so lächerlich und kitschig wie ein schnulziger Liebesfilm. Aber genauso verhielt es sich manchmal mit der Wahrheit. In den nachfolgenden Jahren hatte Krölle Hannas Weg immer wieder verfolgt, ihre Ermittlungen aus der Nähe beobachtet und manches Mal auf seine ganz persönliche Art eingegriffen, so gefährlich diese Aktionen auch oftmals waren. Selbst als er im Geheimteam BKA mitspielte und nicht aus der Deckung kommen durfte, hatte er sich nicht davon abhalten lassen. So war er schließlich auch auf ihre Kollegin, Kommissarin Sarah Pirol, die auf Bornholm tätig war und ihren Freund, den Journalisten Frederik Thomsen, aufmerksam geworden. Wenn ihm allerdings zu diesem Zeitpunkt jemand gesagt hätte, dass er mit diesem beherzten jungen Mann ... ... ... ...